Hm, einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Faye hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. Blauer Hase? Böööö. Hallo, Harvey. Sprechanlage. Hier ist wieder einiges zu entdecken. Sehr schön, Saustall. Gucken wir uns gleich mal an. Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Hm, naja. Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden, was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Na dann, schalt die mal ein. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tü-Tü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Das stimmt wohl, aber gucken wir uns mal Faye an. Nach allem, was ich von ihr weiß, könnte das Ding in ihrer Hand gleich explodieren. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Ey, jetzt macht die Faye nicht so runter. Wir haben schon viel mit hier erlebt. Sie ist ein kluges Köpfchen. Aber ganz ehrlich, schlagen und reden? Nee, die Option, die... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist weg. Was? Ein Tee- und Gewürzschränkchen in einem Militärhubschrauber. Dass ich das noch erleben darf. Habe ich da einfach gerade einen Bug gefunden? Hm. Ich glaube schon. Oder, äh... Ben ist einfach nur ein, äh... Versteckungskünstler. Da ist schon wieder. Für jemanden, der in einem Bunker gelebt haben soll, interessiert sie der Himmel herzlich wenig. Es muss wohl erst das Klima verrückt spielen, bevor sie sich bewegt. Naja, ich will nicht wissen, was ihr so durch den Kopf geht. Blauer Hase, gucken wir mal an. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Ein vernünftiges Gesicht. Der Habe, den nehmen können wir den nicht. Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. Finde ich ja lustig, ne? Dass wir so aus zwei Perspektiven das Ganze spielen. Aus der Sicht von Ben oder aus der Sicht von Faye. Und wir genau wissen, was Faye vorhat. Aber halt mit Ben noch nicht. Finde ich sehr amüsant. Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. Ja, okay. Gut, dann... Ich komme nicht ran, so... Macht's keinen Unterschied. Kaffeemaschine. Früher habe ich das Zeug literweise getrunken. Nach meinem Zusammenbruch war es dann das Erste, was mir Dr. Angust verboten hat. Und nach meiner Flucht wird das das Erste sein, was ich wieder anfange. Ich bin sehr gespannt noch auf Bens Geschichte. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Weil mich der Charakter auch sehr interessiert. Und generell, das ist wirklich sehr dicht. Hier, was der Dalek wieder hier auf die Beine gestellt hat. Einfach super. Die ganzen Adventures. Also ich feiere das wirklich. Da muss ich hin. Aber vorher muss sie weg. Ja, aber... Und so wird nicht gehen. Wir können sie doch nicht einfach... Können wir mit... Was ist denn hier? Und weg ist er? Ich verstehe nicht. Dann ist er wieder da. Das letzte Mal, als ich dieser Dame die Meinung geigen wollte, hat man mich mit einem Holzschalt niedergeschlagen. Ich werde langsam zu alt, um meine Fehler zu wiederholen. Aber ich will die nicht schlagen. Das geschieht gar nicht aus der Diskussion eigentlich. Schlägt man zu leicht, ruft sie um Hilfe. Schlägt man zu fest? Egal, was sie getan hat. Ich verletze hier niemanden. Guter Mann. Alter Finne. Ja, das stimmt. Schlägt man zu leicht. Ach, darüber wollen wir uns ja gar keine Gedanken machen. So, Frames, bitte kommt wieder zurück. Ich hoffe, das ist in anderen Adventures von Dalek nicht ganz so schlimm. Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist sauber programmiert. So, jetzt sind die Frames hier nämlich wieder da. So, dann gehen wir mal hier rein. Bin gespannt, wer da sitzt. Ha, unser verrückter Typ. Wahrscheinlich der von dem Tape. Das ist dieser Raudi mit dem Holzscheit. Solche Freunde hätte ich hier gar nicht zugetraut. Naja, wenn der Typ sich ein bisschen umgarnt und sich so ein kleines Naivchen, wer weiß. Hallo, Sie. Ich bin frei. Wie ich es mir dachte. Er hört nichts. Hm, er hört nichts. Den können wir vielleicht schlagen. Er mag ein brutaler Schläger sein. Aber er hat auch seine guten Seiten. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir nicht abstürzen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Haben wir hier sonst noch was? Armaturen? Früher bin ich wöchentlich mit so einem Ding nach Hause geflogen. Dann nur noch einmal im Monat. Beziehungsweise gar nicht mehr. Mensch, cooler Typ, der Bent. Lieber nicht. Er macht das schon ganz gut. Wirklich. Armaturen, Armaturen, Armaturen. Da bleiben ja nur die Sicherungen, die wir rausnehmen können. Was auch immer das sein soll, es ist mit dem Cockpit verbunden. Aber ist das so eine kluge Idee? Ich meine, da fliegt unser Flugzeug. Und wenn wir jetzt die Sicherung hier rausnehmen, dann könnte das für uns gar nicht so gut enden, glaube ich. Agent Provokateur. Errungenschaft freigeschaltet. Seht ihr jetzt nicht ganz, weil jeder Rahmen drüber ist. Muss ich ja gestehen. Nehmen wir die mal. Können wir ihn noch mal ärgern? Was willst du eigentlich, hä? Ich hab die Schnauze voll bis Uranus ständig nach deiner Nase zu tanzen. Ja, du hast richtig gehört. Und jetzt halt die Klappe. Du dumme Puter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ach, nö. Wie soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Ständig enttäuscht du mich. Das ist doch keine Beziehung. Hm? Nicht schon wieder. Weißt du, was du bist? Eine olle, meckrige Stute. Echt ein Wunder, dass du überhaupt noch hochkommst. Gut. Das hatten wir schon. Hm, 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 hm. So, jetzt wird's mal Zeit hier, dass wir irgendwie was... ...gebacken kriegen. Können wir das Diktiergerät vielleicht, äh, abspielen? Sag mal, ginge das? Geht das? Geht das? Tak. Ich hab mal gespannt. Tak, Diktiergerät mit Faye. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Hm. Plastiknetz über sie. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Auch nicht. Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. Gut, also wir müssen Faye da irgendwie wegbekommen. Wie machen wir das? Müssen wir irgendwie die Sprechanlage da ankriegen? Vielleicht mit dem Kuhfuß? Ähm. Gut, da haben wir ihn wieder weggezaubert. Hm. Hm, 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 hm. Hallo, Frames. Wo seid ihr? Wo bleibt ihr? Da kommt ihr langsam wieder. Komm, hier unten am Gitter vielleicht. Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Hm. Sonst noch was Interessantes hier gewesen? Nee, 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 nee. Die Notizbücher, die haben wir uns, glaube ich, auch nicht angeguckt. Doch, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Tja. Schon stehen wir wieder so vor, äh, der Frage, was wir als nächstes machen müssen. Die haben wir aber auch oft, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sein. Also, die, die Sicherung können wir nicht rausnehmen. Na gut, das stimmt. Also, die Sicherung. Schade. Besser nicht. Was, Plastiknips? Das ist ein Netzding. Sieht ziemlich nutzlos aus. Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Schade. Geht nicht. Käse. Oh, jetzt Käse. So ein schönes Käsebrot oder sowas. Wohin fliegen wir eigentlich, ist die Frage. Wohin fliegen wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Hier sind nur zwei Optionen. Hm. Gibt es da noch was auf dem Lektiergerät eigentlich? Diese Faye ist echt eine Wucht. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie erzählt hat, dann wow, haha, bin ich ein gemachter Mann. Natürlich brauchen wir noch einen besseren PR-Agenten, oder? Ach was, das mache ich selbst. Dann sei Klimawandel. Gott, ist sie süß. Klingt so, als hätte die gute Faye einen Verehrer. Immer wieder lustig, wenn ich. Da muss ich immer wieder schumpen. Da wollte ich gerade grinsen und schmunzeln zugleich sagen. Und dann schminzeln, oder so. Schminzeln, das wäre doch auch mal eine schöne Wortschöpfung. Schminzeln. Blanker Unsinn. Hm. Vielleicht sollten wir einfach nochmal so logisch überlegen, ne? Wie wir das vorher gemacht haben. So, wir müssen an Faye vorbei. Wie können wir das erledigen? Ich komme nicht ran, solange diese Kitten... Hm, 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 hm. Hm. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Da unten kannst du dich nicht langkrabbeln. Weil zu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Hm, hm, hm. Haben wir hier vielleicht was übersehen? Wir haben... Was ist das? Zettel. Noch mehr von diesen Zetteln. Der Helikopter ist voll davon. Aber die kannst du nicht lesen von hier, ne? Irgend so ein Journalist nannte mich mal einen weitsichtigen Wissenschaftler. Hat sich mittlerweile mehrfach als falsch herausgestellt. Hm, hm. Tja, das ist vielleicht doch ein bisschen zu weit. Oh, Moment, was ist das denn? Ein Kabel. Es verbindet die Sprechanlage mit dem Cockpit. Hm. Aber da haben wir doch das Kabel durchgetrennt. So ganz dreist. Ohne zu wissen, was sie überhaupt... Auf der Leitung wird zu schnell nicht mehr gesendet. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel. Nur einen normalen für Kopfhörer. Nur einen normalen für Kopfhörer. Diese neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. Knips. Jetzt haben wir ein Diktiergerät. Ha. Und dann? Mit einem offenliegenden Kabel. Können wir das mit dem Kabel einfach verbinden? Das könnte tatsächlich funktionieren. Was? Quatsch. Naja, gut. Also, wie sie sich das vorgestellt haben, ist mir ja... Spielen wir mal ab. Das wird... Das wird ein großer Spaß. Da kommt nichts. Das Band ist aber in Ordnung. Muss wohl am Lautsprecher liegen. Quatsch. Nein. Der ist nicht an, ne? Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütyp... Sie würde mich doch sofort... Ach, wie kriegen wir den denn an? Ach. Gut, für manche haben sie einfach keine Option wahrscheinlich und deswegen verschwindet er einfach eine Zeit lang. Klappt das nochmal? Das klappt tatsächlich nochmal. Hm. Na, nicht ganz sauber. Nicht ganz sauber. Ach so, muss ich mich mal gerade hinsetzen jetzt hier. Na. Und nochmal überlegen. Sprechanlage. Die muss irgendwie angeschaltet werden. Bloß wie ist die Frage? Wie ist die Frage? Kommt man da... Von hinten kann man nicht ran. Das heißt, wir haben hier das Diktiergerät da mit dran. Ich möchte nicht Aftershave über den Kopf gießen. Ich gehe hier besser aus dem Weg. Hm. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Also, aus dem Cockpit kommt nichts mehr. Wir müssen jetzt... Da kommt nichts. Das Band ist aber in Ordnung. Muss wohl am Lautsprecher liegen. Aha.